Wenn wir gewinnen sollten, da wäre ich sehr stolz drum, weil im Endeffekt ist das der Oscar für uns Friseure. Man gehört dann zu den besten Friseuren der Welt. Im Endeffekt machen wir 2.500 Friseure mit. Da sind wir jetzt die 30 Besten gekommen und jetzt sind wir jetzt die 3 Besten. Da sind wir echt stolz drüber. Wir sind sehr aufgeregt, nicht nur ich, sondern mein ganzes Team und auch meine Familie. Ich danke meinem Team, dass wir es so weit gebracht haben und hoffentlich gewinnen wir heute. Wir haben mit einem guten Abstand einen Salon gewonnen, dessen Namen wir hier auf dieser Bühne schon mal gehört haben. Nun quer bei Morante mit Leonardo Morante. Bitte auf die Bühne. Wir kommen zu uns. Mir geht es sehr gut und ich freue mich sehr, dass ich den Preis mitnehmen darf nach Hause. Der Preis gehört nicht nur mir, sondern auch meinem Team und vielen Dank an mein ganzes Team auch. 2006 haben meine Eltern den Preis auch gewonnen und jetzt bin ich an der Reihe gewesen mit meinem Team und wir haben es Gott sei Dank geschafft. Ich hoffe, dass wir weiterhin so viel Gas geben können, wie wir es die ganze Zeit machen. Mal gucken, wie die nächsten Jahre werden. Ich glaube, dass wir weiterhin so viel Spaß geben können, wie die nächsten Jahre werden. Ich habe mich auch daran gearbeitet und wie die jetzt Leute wieder irgendwelchen. Nein, wenn wir nicht zu einem anderen also haben, aber wir können einen ready- und wieder haben. Wir haben natürlich auch noch keine Zeit. Ich hoffe, dass wir auch wieder schnell genießen müssen. Wenn wir kommen, wenn wir uns die Zeit machen, dann versuchen wir uns bei einem im Moment.